Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordnete. Auf der Drucksache 19.71148 liegen Ihnen die Beschlussempfehlungen des Wirtschaftsausschusses zum Entwurf eines Gesetzes zum Staatsvertrag zwischen der Freien und Hansestadt Hamburg, den Ländern Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein über einen gemeinsamen Prüfdienst für die gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherungen Norddeutschland sowie meinen schriftlicher Bericht vor. Der Staatsvertrag wurde von den drei genannten Ländern im Februar 2017 geschlossen. Kurz zum Hintergrund des Staatsvertrages. In den Jahren 2006, 2010 und 2011 ist es zu Fusionen innerhalb der allgemeinen Ortskrankenkassen gekommen, die mit einer Verlegung der Geschäftssitze verbunden waren. Hiervon betroffen gewesen sind auch die Freie und Hansestadt Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein. Aufgrund der Fusionen sind insbesondere die Aufsichtsfunktion dieser drei Länder für die landesunmittelbaren Krankenkassen weggefallen. Folglich unterlagen nur noch die Kassenärztliche und die Kassenzahnärztliche Vereinigung sowie der medizinische Dienst der Krankenkassen und der Prüfung durch den Prüfdienst der Krankenversicherung. Um effektive Strukturen und Synergieeffekte zu schaffen, haben die drei Länder vereinbart, einen gemeinsamen Prüfdienst mit Sitz in Hamburg zu schaffen. Die erforderlichen Personal- und Sachkosten sollen zunächst in Form eines Vorschusses von den drei Ländern in Höhe von jeweils 110.000 Euro für die Jahre 218 bis 220 finanziert werden. Es ist vorgesehen, die zu prüfenden Einrichtungen je nach Prüfaufwand an den Kosten zu beteiligen, sodass sich in den Folgejahren die Zahlungen der Länder reduzieren. Insgesamt wird eine Kostenneutralität angestrebt. Soweit zunächst zum wesentlichen Inhalt. Damit der Staatsvertrag in Kraft treten kann, bedarf er gemäß Artikel 47 Absatz 2 der Verfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern der Zustimmung des Landtages in Form eines Gesetzes. Die beiden mitberatenden Ausschüsse, der Finanz- und der Sozialausschuss, haben jeweils mehrheitlich empfohlen, den Gesetzentwurf unverändert anzunehmen. Im Rahmen der Beratung im Finanzausschuss ist das Wirtschaftsministerium um Prüfung gebeten worden, ob eine Übertragung der Prüfungsaufgaben auf den Landesrechnungshof im Einklang mit dem SGB V steht. Vor diesem Hintergrund hat die Fraktion der AfD im Wirtschaftsausschuss beantragt, zunächst das Ergebnis der Prüfung des Wirtschaftsministeriums abzuwarten und dann erst eine abschließende Empfehlung abzugeben. Der Antrag der AfD-Fraktion hat der Wirtschaftsausschuss mehrheitlich mit den Stimmen der Fraktionen der SPD und der CDU gegen die Stimmen der Fraktionen der AfD bei Enthaltung seitens der Fraktionen Die Linke und BMV abgelehnt. In diesem Zusammenhang möchte ich noch einmal darauf hinweisen, dass es sich hier lediglich um einen Zustimmungsgesetzentwurf handelt und der Landtag keine Möglichkeiten hat, inhaltliche Änderungen am Staatsvertrag vorzunehmen. Der federführende Wirtschaftsausschuss hat zu dem Gesetzentwurf insgesamt mehrheitlich mit den Stimmen der Fraktionen der SPD und der CDU gegen die Stimmen der Fraktionen der AfD und Die Linke bei Enthaltung seitens der Fraktion der BMV dem Landtag empfohlen, den vorliegenden Gesetzentwurf unverändert anzunehmen. Nun bitte ich Sie, sehr geehrte Abgeordnete, der Beschlussempfehlung zu folgen, um den Weg für das Inkrafttreten des Staatsvertrages freizumachen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Eifler. Im Ältestenrat ist eine Aussprache mit einer Dauer von bis zu 30 Minuten vereinbart worden. Ich sehe und höre dazu keinen Widerspruch. Dann ist das so beschlossen. Ich eröffne die Aussprache. Das Wort hat für die Fraktion der AfD der Abgeordnete Herr Dr. Jess.